Hallo, mein Name ist Thomas Drasirka, Anwendungstechniker bei der Firma SITA. Ich möchte Ihnen heute den SITA Compact mir vorstellen zur Linienentwässerung. Den kann ich auf Balkone dann einbringen. Bei Verwendung von Flüssigkunststoff kann ich den von Flansch bis zur Innenkante der Wand bis auf zehn Zentimeter rücken. Dieses Bauteil haben wir jetzt entwickelt, dass ich ihn näher ranrücken kann als Sonderkonstruktion. Dann setze ich den Balkonaufsatz ein zu Linienentwässerung. Ich setze ihn einfach drauf, wo ich den Plattenbeleid anbinden kann und kann das 70er beziehungsweise 50er Rohr aufstellen. und kann so eine Linienentwässerung realisieren, von oben durch den anderen Balkon, durch den darunterliegenden Balkon. Ja, falls noch Fragen sind, einfach in der Technik bei uns durchrufen.